Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute ausgezeichnet worden sind und auch die nominiert worden sind, die zeigen, wie stark der Wirtschaftsstandort Österreich ist. Und das ist ja nur durch sie und durch ihre Leistung, durch ihre Innovation, ihre Ideen, den Umgang mit den Mitarbeitern, die Teamfähigkeit. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir diese Unternehmer haben. Ja, die Digitalisierung ist ein Schlüssel für die Innovationskraft, für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Und das gilt für die großen Leitbetriebe genauso wie für die mittelständischen Unternehmen. Und es ist kein Thema der Start-ups alleine, sondern es ist ein Thema für jeden Unternehmer, der darin einen Weg finden kann, sich selbst neu zu erfinden. Unsere Aufgabe in der Politik ist, ist, jeden dabei zu unterstützen und die Möglichkeiten zu schaffen, den Rahmen, dass das auch leicht möglich ist. Der Preis hat eine sehr große Bedeutung, denn er bringt die Menschen, die Menschen, die so Großartiges leisten, vor den Vorhang. Sie sind oft sehr bescheiden, halten sich im Hintergrund und das zeichnet sie auch aus. Aber dieser Preis führt sie hinaus in die Welt und ermöglicht ihnen, sich zu vernetzen mit anderen Unternehmen in der Welt draußen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir sind stolz, wenn sie hinausgehen und noch mehr Geschäfte machen.